Herzlich Willkommen zu PropHunt, mein Name ist Gary und ich bin nicht alleine auf der Map und zwar sind dabei, Moment, der Bleddick, der Sascha, der Jan, der Heiler, Halb, nein, Mathis, das wäre auch blöd wenn du hier alleine wärst, ja, Sonic, Hallo, und der CV, Hi, Hallo. Ich habe einen Assospot, habe ich das Gefühl. Okay, mein Taunt sagt, es ist kein Assospot, dann kann ich hier bleiben. Negative. Dich gehört, du warst das mit dem Negative. Ne, ne. Aber wo bist du? Ja, das fragen wir uns doch alle. Wo sind wir eigentlich? Sind wir am Höhepunkt unseres Lebens oder am Tiefen? Egal, scheiß drauf. Boah, Gott, Sascha, jetzt nicht. Nicht zum tiefkündigen Scheiß. What the fuck, was machst du da? Reißt erst mal alles, ne, ne. Ja, wo halt alles... Gary, lauf, Gary, Gary. So, bleibt noch Sascha. Die erste Runde war, dass ein Scheißversteck. Eine Waschmaschine läuft noch. Denk bloß nicht vom Thema. Oh lol, was? Hier komme ich nicht hin. Das ist asozial. Unter die anderen beiden Regale konnte ich drunter. Unter das nicht mehr. Bild noch Mattes. Das war Assig. Ja, das war Assig, dass du da drunter konntest. Richtig. So, jetzt war doch noch einer hier unten. Nein. Ich hab doch eben nen Taunt gehört. Bei ich. Och. Ich störe doch nicht immer alles. Ach, Stevie. Du musst es ja nicht bezahlen. Ist ja egal. Lauf, warte es, lauf. Und wechseln wir noch am besten das Pro. Der Stuhl, der Stuhl. Nee, nicht zum nächsten Pro. Ja. Gigi. Achsss. Sonic, ey. So langweilig. So langweilig. Alter. Langweilig. Mach ich nur bei dir. Langweilig. Langweilig, Mama. Langweilig. Hat jemand Popcorn dabei? Langweilig. Alter. War ja klar. Das war so fucking klar. Heddyk und Sonic in einem Team. Das ist fies. Lustig. Sind wir gut. Fies? Wieso fies? Einfach so. So, los geht's. Wenn hab ich nen... Alter, wie viele sind denn hier? Oh. Na. Sonic. Hier ist ne Kisse. Kann ich euch durch die Wand beobachten? Falsche Waffe. Da hat was geblutet. Nein. Da. Erwischt. Hi. Ah, come on. Ah, come on. Ah, ja. Ach, das schon. Da war er wieder gierig. Lol, was? Gierig. Oh, Stevie. Ich hab nicht auf dich geschossen, du Vogel. Läuft für dir Stevie. Geschossen? Da standen grad wirklich ein Regal auf dem Regal. Ich dachte so, hä, wer versteckt sich jetzt so wie ich das wollte. Doch, du versteckt oder nicht? Ja. Warte mal, das ist kein Problem. What fuck bist du? Hehehehe. Kannst du dich mal ganz kurz einen Millimeter bewegen? Ja, nein. Nein, gerade nicht. Ist gerade schlecht. Okay. Der beobachtet mich sonst einer. Oh. Ah, Mist. Ja. Abschall. Hier. Och, geisch. Ist das müde. Das ist richtig geil. Das ist richtig geil. Hey, Jan. Oh. Falscher Moment zu bewegen. Ach, ja. Meinst du, du kommst noch ein Stockwerk höher? Ja, ich war vorhin ein Stockwerk höher, aber dafür brauche ich einen Anlauf. Okay. So ein Greeter-Moment, wenn einem die Zeitung entgegen fliegt. Ja. So, Stevie. Wo bist du denn? Würdet ihr nicht finden. Nee, nicht wirklich. Darf ich einen Tipp geben? Einen ganz kleinen? Hol. Wenn das jetzt nicht so stark auffällt, musst du überlegen. Okay, dann muss ich mal kurz einen überlegen. Einen, auf den keiner kommt. Ist sie wieder hinter der Toilette oder so? Ja, aber hier auf dieser Seite ist zumindest nichts. Nö. Okay. Ulle vielleicht? Wie kann man da in die Klo-Schüssel umhauen? Digga. Ja, man kann die Klo-Schüssel umrollen. Nö. Nö. Warte mal. Wer ist das? Aha. War doch grad jemand in meiner Nähe. Komm, gib mal Tipps, seid ihr oben oder unten? Okay, Tipp. Es heißt, manche Leute benutzen Geld zum Putzen von bestimmten Dingen. Nein, 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 nein. Zum Putzen von bestimmten menschlichen Dingen. Was? Was ist das für ein kurioser Tipp, Sonic? Was? In Filmen wird oft farodiert, dass Menschen sich damit... ...den Arsch abwischen. Vielleicht. Oder sich ganz doll gerne haben. Was? Und wenn man jetzt ganz weit denkt, kann man den Tipp interpretieren, wo er ist. Ist das your problem? Ja, ich such grad schon aufm Klo, aber... Wir sind aufm Klo. Ja. Ich wünsch mir nur aufm Klo den Arsch ab, Alter. Ich weiß nicht, was du damit hörst, wo du Lust noch machst, aber... Das macht man aufm Klo. Ach so, macht man das so. Ach so. Sie sind wieder dazugelernt. Bist du gut in Jump'n'Run? Nein. Nicht beim Steady, da haben wir doch wieder was gelernt. Dann spring jetzt und rennen. Jump'n'Run. Wait, ich bin der Letzte? Du kommst eigentlich. Komm, selten genug vor. Genieße es. Mach jetzt keinen Scheiß. Komm, geh mal Kuckuck machen. Von dir hängt unsere Runde ab. Geh mal nur bis zur Ecke. Nee. Ist alles safe. Du musst mal hoch. Alles safe. Du sollst noch mal rausgucken. Bis unten im Lager? Nur mal rausgucken. Mach die Tür auf. Ich guck gerade... Wie krass die Tür auf. Als wäre ich der Prop. Warbredigt, nur auf solche Tipps zu geben. Bin dieser ähnlich. Wo sind Türen auf dieser Map? In deinem Arsch. In deinem Arsch. Dieses TV ist alles gut. Ah, Mathis. Ah, Mathis. Ach, das warst du. Hm? Was, Fu? Ich dachte, er wäre das andere gewesen. Torn sie mal. Mensch. Die Willau. Warte mal was. Ja, das sind immer die Tubes. Wir müssen die von der Map nehmen. Das geht so nicht. Ich wollte eigentlich auf die SMG. Ich habe aber falsch gewechselt. Ich weiß es jetzt nicht. War ärgerlich. Noops. Ich stand da so gut. Noops. Learn to play. Ja, aber ist ja langweilig. Weißt du, jetzt tut Sascha wieder so. Hahahaha. Man macht das selber. Bei mir steht Hunters Wind. Wie viel Zeit habe ich noch? Das ist ein bisschen... Der Heiler has connected to Vissara. Da bin wir mitten in der Hunde. Oh. Mitten in der Aufnahme. Ganz böse Heiler. Ganz böse. Ja, Spaß. Ja, Spaß. Ja, Spaß. Ja, Spaß. Ja, stimmt. Ready or not, here we come. Ready or not, here we come. Hm. Interessant, dass ich den nicht bräuchte. FBS Rucklau besitze, aber sonst passt's. Oh nein. Weißt du denn da was? Ob der Dig? Weil ich's kann. Weil ich's kann, Sascha. Komm, hör auf, bitte tot. Yeah. Der war zu lang. Nein. Nein. Doch nicht. Hallo. Gut. Ich muss weg. Ach, come on Stevie. Komm. Komm. Du hast doch 70%, willst du mich verarschen? Du hast sonst was weggesprengt. Einmal auf der Flucht. Doch nicht mehr. Ist tot. Einmal auf der Flucht. Einmal auf der Flucht. Okay. Gary, du bist irgendwo hier, das weiß ich. Nein, nein. Ist er nicht. Bin ich gar nicht. Nein, nein. Sonic, jetzt mach hier eine Schwinnung mit der Randale. Randale. Okay, okay Gary. Der Move war nice. Äh, Vorsicht. Ja. Ja. Das war rude. Was? Oh shit Sonic. Sonic war wieder besoffen. Oh nein. Oh, ich dachte du bist festgepackt. Nee. Zum Glück noch nicht. Gary, Gary, geh mich mal dippen. Nee, nee. Teabaggen. Aber, tu's nicht. Nice. Ja, lauf. Okay. Du, 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 du. Ich würde stehen bleiben sollen. Er hat sich nicht gecheckt. Scheiße. Ach, war der Unzikel anlaufen. Ja, los, lauf. Du kommst weg. Lass die Props abschießen. Nein. Ah. Ich bin beinahe. Nice try. In den Weg gelaufen. BAM. 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 Komm doch her, meine Koje. Das hat doch richtig BAM gemacht. In your face. Ey, ich rassier euch so glatt, die Scheißhamburger. Triggered. So weit von. What the hell. Nein. Ich hatte doch das, was ich wollte. So, erstmal taunten, um die 30 Sekunden zu überprüfen. Erstmal over there und dann hey over here. Alles klar. Alter, wer ist? Wer macht? Wer ist denn so verrückt und macht das? Das war Zufall. Er drückt einfach nur F3 anstatt sich was auszusehen. Nein. Da sag ich nur eins. Wie viele Leute sind denn hier? Wer eskaliert denn so? Wie viele Leute sind denn hier? Aus deinem Team oder aus dem Gegnerteam? Einfach alle. Aus meinem Team. Ah, nein. Das Telefon, das Telefon. Nein. Nein. Das Telefon. Nein. 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 Ich hab da einen Namen aufblitzen sehen. Alter, wer ist denn direkt hier? Hau ab! Oh, Sonic, du Sau. Hast du mich gesehen? Ich beobachte dich gerade. Du, woher? Bist du mich verarschen? Ich hab dich von... Geh mal in die Open View Sonic und guck mal zu mir. Warte. Ja, eskalier. Was machst du denn da? Rollst du mit deinem Kopf über die Tastatur oder was? Machst du nicht so, Alter. Warte, warte. Hast du es jetzt langsamer? Ja. Hier. Samar. Ja, warte. Jetzt, warte. Von da. Ja, da standest du ja. Habe ich dich gesehen. Ach man, Bötscher. Ach, da kann man auch rein. Stevie, taunten. Mach ich doch schon zwischendurch. Also, heu mal nicht so viel. Er ist oben. Stevie, die werden dich nicht finden. Nein. Ich kann mich auch ganz ehrlich nicht hier gelandet finden. War da überhaupt schon mal einer in der Map? Oh, ist das so out. Kann ich das Tor hier wieder zumachen? Nee, oder? Nö. Ich glaube nicht. Würde ich aber gerne. Ich finde das aber auch noch nicht. Doch, kann ich nicht. Nice. Hahaha. Ich bin nicht hier gespawnt. Das war ja der Witz. Ich dachte, ich werde auch hier. Jetzt könnte es kriminell werden. Sascha hat dich fast. Hm. Was? Ich glaube, ich bin gerade Eiskart an ihm vorbeigelaufen. Wo ist Sascha? Da. Ja. Stimmt. Das ist sehr kriminell. Ja, Sascha. Sascha hasst fast. Doch, du fasst's. Wollte ich mir jetzt erzählen, es gibt ein Secret Room oder sowas auf der Map? Ja, war sowas von. Ja. Oh, come on. Ernsthaft? Ist er vielleicht das Bild hier? Nee, nee, er ist halt irgendwo hinter einer versteckten Wand oder so. Was, Sascha? Echt jetzt? Also, er ist an mir vorbeigelascht. Das habt ihr auch gesehen. Nee, lustig ist nur, das war nicht Sascha, das war Gary. Aber egal. Das stört auch nicht den Witz. Ich dachte, wir können jetzt noch ein bisschen verarschen. Irgendwo. Wo ist er, nö. Sascha, das Gerät ist heute hier. Wir wollen es ja auch nicht ganz unfair halten hier. Weil Stevie ja kämpft bis zum Ende. Richtig, Stevie ist nämlich ein Kärnballappen. Ich steh aber so gut hier. Ja, komm, geh mal raus. Geh mal Lucky Lucky machen. Geh mal in die frische Luft, Mensch. Warum? Ehrlich mal, Stevie, geh auch mal vom Rechner weg an die frische Luft. Spiel zwar jetzt weiter, aber geh auch mal. Hat jemand von euch das Tor noch unten aufgemacht gehabt? So. Neue Applaus. Welches Tor, das hier oder was? Ja, das war ich. Hol dir mal eins und lauf mal durch den Raum. Immer bewegen, wenn die nicht gucken. Das ist recht lustig. Das ist so ein paar Kugeln lustig. Oh, nicht. Goddammit. Ach, Sascha, das ist ganz kalt bei dir. Das ist jetzt keine Lüge. Sehr kalt. Ja, mag sein. Sehr, sehr kalt. An euch alle. Sag mal, wie viele Stunden wollt ihr eigentlich noch in diese Kackecke da gucken? Ja, noch die Farre reinziehen. Ach, Stevie, du bist ein Assivi. Okay, warte, warte. Lass mich das anders formulieren. Oh, da ist es Assi, weil da kommt keiner hin, wo ich jetzt stehe. What the fuck? Das ist wirklich Assi, oder? Wie wie denn die ganze Runde ist, Assi? Ich check's nicht. Keine Ahnung. Nicht oben. Nicht oben, ach so. Nicht oben, alles klar. Dann auf 20 Sekunden habe ich zu viel. Ja, 20 Mal. Ordentlich. Hört ihr eh nicht. Wait, what? Wait, what? Hä? Sascha, Sascha, bist du eigentlich vollkommen inkompetent? Ja. Hast du den gehört, den taunt? Ja. Warum rennst du dann nach da hinten? Was? Was? Ah, ist klar. Ja. Ey, Alter, Alter, mach das nicht. Nö, ich war's. Warst du nicht am Tor? Nein, er war unten, hinter dem Regal, wo du standest, Sonic. Ich hab drei bis viermal meinen Platz auch gewechselt. Okay, das war immer noch safe. Äh, fair. Aber trotzdem, ich hab wieder so kurz... Oh, Mann! Der Gewinner der Herzen. Das ist halt worden. Hast trotzdem verloren. Dann hab ich dich töten. Ich bin zurück. Bist du bescheuert? Eins, los geht's. Komm, Mama. Komm, Mama. Komm, Mama. Komm, Mama. Komm, Mama. Ah, nee, warte mal. Ich muss mich hier aufstecken. Alles gut. Oh. Müsst ihr gleich alles kaputt schießen hier. Alles klar. Oh. Hat sich gerade erst mal einer verwandelt? Dammit. Das war zu auffällig, Gary. Ähm. Mir leid. Sonic, was ist das für eine Runde von dir, ey? 0-4. Ich spiel halt mal... Ich hab immerhin irgendwo... Scheiße, richtig. Mach das mal nach. Ja, wenn du hier irgendeine komische Kugel aufsammelst, easy. Ich spiel halt einmal nett. Oh, nein. Okay. Hyper, 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 hyper. Ich versuch mal was. Mal gucken, ob es neil ist. Oh, ich glaub, der ist unter mir. Nochmal umdrehen. Beweckt sich da noch jemand? Ja, Bleddick, ich hab dich beobachtet. Hä? Was hast du gesagt? Oh, nix. Wow. Ich hab dich beobachtet, hab ich gesagt. Beobachtet? Beobachtet. Ja, davor wollte ich hören, was du gesagt hast. Ja, nochmal umgucken, ob sich hinter dem Rücken nicht jemand bewegt. So. Oder warst du, dass ich denn die Treppe runtergesprungen war in dem Moment? Doch, das kann nicht sein. Ah, da kommt er wieder hoch. Hi. Tja, Bleddick. Jetzt macht aber nicht so ein Krach hier. Ich jetzt. Nichts kann man gehen. Wie soll man dich denn finden? Wen? Der hier ist ja rum. Randallier halt rum! Da hinten am anderen Ende der Map. Nein. Wer ist denn das? Sicher kann den Namen nicht sehen. Wer oben unterlegt hat, war ich. Ah, okay. Ey, er hat mich ja, er hat mich ja bei einer Treppe gesehen. Das heißt, entweder ist er hier. Wer ist der Asi, bei dem ich herumhüpfe? Ich denke, du bist tot. Ach, komm on! Los! Tonic, ey! Den konnte ich nicht entgehen lassen. Wieso kommen da keine Torns mehr? Ja, weil ich gerade zum Besten im Bedrängnis stehe. No! No! Machst du ja nur einen ganz kurzen... Wie der Stuhl geflogen ist! Lass doch los! Sascha, bist du echt das, was ich denke? Weiß du nicht? Auffällig. Ja. Sehr auffällig. Ich bin auch relativ auffällig. Und, Sonic, ich glaube, du verstehst, warum ich gerade nicht taunte, oder? Ja. Du bist das nicht ernsthaft. Weil ich bei ihm stehe. Ja, aber ich sehe es nicht. Das ist so. Da wackelt was. Durchaus. Hm. Die hauen auch nicht ab. Ich kann mich nicht bewegen. Also, bei mir ist keiner. Da hinten wackelt die ganze Zeit Bücherich. Das ist cool, oder? Wackelt ist er das logischerweise nicht. Jetzt kommt auch noch der dritte dazu. Ich wollte das Wackeln aufhören lassen. Nö, nö. Ja, es war so. Nö, nö. Oh Gott. Der hat halt so viel Leben als... Ach, scheiße! Ach Mist, Heiler lebt auch noch. Oh, nö. Ich wollte gerade sagen, es lebt ja noch einer. Ich dachte auch... Oh, lol. Oh Gott. Warte, warte. Wo bist du? Hüpf mal. Lol! Das ist ja noch ein Raum, den ich nicht kannte. Wir sind in irgendeinem Raum, den wir nicht kennen. Äh, äh... Noch ein Raum, den man nicht kennt? Ne, Beledick, du bist in dem Raum. Den kannte ich bisher noch nicht. Ja, das ist der, wo sich... Äh... ...die, wie ich vorhin versteckt hat. Oh, Feiler! Deshalb wusste ich... Eine Sekunde noch! ...dach da hingehört! Ja! War es lang? Oh, fuck it! Fuck it! Ich weiß nicht, wie viel Leben hat er hier drin. Ich weiß nicht, wie viel Leben hat er hier drin. Ich war 106. War fair gespielt. Boah, ey. Verplayt. Ja. Harry. Hä? Achso, dein Name wurde ich. Okay, das war's mit Propan. Luntano, bis zum nächsten Mal. Tschüss! 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 Bis zum nächsten Mal.